Die Tesla-Aktie, viele sagen sie ist überbewertet, weil der Wettbewerb ja immer härter wird da. Aber Morgan Stanley, die haben die Aktie jetzt trotzdem aufgestuft und das mit einem Kursziel von 400 Dollar. Weil sie davon überzeugt sind, Tesla steht jetzt wieder vor einem Quantensprung. Worum geht es da und was ist davon zu halten? Manchmal haben wir hier ja eine ziemliche Datenschutz-Hysterie. Also wehe, sie kriegen mit, dass die Frau Meier beim Bäcker am Telefon gerade fünf Semmeln bestellt hat und der Bäcker hat das nicht verhindert. Oder wehe, im Jahresbericht von ihrer Kita, da wird ein Bild von ihrem Kind nicht geschwärzt, obwohl sie der Veröffentlichung gar nicht zugestimmt haben. Oder ein Einbrecher, der nicht verurteilt werden kann, weil sie ihn beim Einbruch gefilmt haben, ohne seine vorherige Zustimmung. Und überhaupt, alle wollen ja nur unsere Daten missbrauchen und Bill Gates, der will uns sowieso chippen. Gleichzeitig rennen wir aber alle den ganzen Tag mit solchen Dingern rum und stellen uns dann noch Alexa ins Haus. Und das Internet, naja gut, das kennt sowieso schon alle unsere geheimsten Wünsche. Und wer es da aber besonders bunt treibt in puncto Datensammeln, das ist Tesla. Ein Model 3 hat acht Kameras mit 360 Grad Rundumblick und bis zu 250 Meter Reichweite. Und ein Teil davon ist auch im Stand aktiv und die senden Unmengen von Daten in die USA. Und darum hat zum Beispiel auch die Berliner Polizei schon mal darüber nachgedacht, dass man Teslas in Zukunft die Zufahrt zum Präsidium und zum Landeskriminalamt verbietet. Und der Verein Digital Courage, der hat Tesla 2020 auch schon den Big Brother Award verliehen. Als permanent aktive Datenschleuder, was ja auch schlicht und einfach unzulässig sei. Und trotzdem, wenn man Leute aus der Autoindustrie fragt, ist euch Tesla wirklich so voraus? Beim autonomen Fahren zum Beispiel, was ja sehr wichtig ist. Dann sagen die oft, ja, das sind sie. Die haben einfach die ganzen Daten. 400.000 Teslas mit Autopilotfunktion auf der Straße und dadurch eine lückenlose Erfassung von fast 500 Millionen gefahrenen Kilometern. Wer hat das schon? Und das ist natürlich Gold wert. Und apropos Daten. Auch hier auf YouTube wird natürlich ständig erfasst, was sie machen. Und welche Videos sie hier angezeigt kriegen, das entscheiden auch nicht sie, sondern das entscheidet der Algorithmus. Und der basiert nicht nur auf ihrem Verhalten, sondern auch auf dem von den ganzen anderen Zuschauern. Und dadurch fällt natürlich hier sehr viel auch durchs Raster. Und darum, wenn Sie auch in Zukunft Videos von mir sehen wollen, am besten den Kanal abonnieren, dann auch noch auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie die Videos nämlich immer angezeigt. Ansonsten sehen wir uns vielleicht gerade zum letzten Mal hier. Weil das mit dem Algorithmus ganz so weit ist es damit eben auch nicht her. Also ich kriege zum Beispiel zur Zeit hauptsächlich wieder Werbung angezeigt von Gillette-Damenrasierern. Das trifft es nicht so ganz. Es sei denn, vielleicht steht ja doch bei mir eine Geschlechtsumwandlung an in ein paar Jahren und ich weiß es nur noch nicht. Auf jeden Fall zum Kanalabo geht es hier unten. Tesla, eine Erfolgsstory, ist gar keine Frage. Aber wir haben trotzdem seit Jahren die Debatte, auch wenn Tesla jetzt der Konkurrenz vielleicht voraus ist, aber rechtfertigt das wirklich den wahnsinnig hohen Börsenwert. Und die Debatte, die haben wir natürlich auch zu Recht. Tesla ist an der Börse zur Zeit 850 Milliarden Dollar wert. Zwischenzeitlich waren es sogar mal 1,3 Billionen Dollar im Herbst 2021. Das war dann aber erstmal doch zu viel. Jetzt sind wir eben wie gesagt bei 850 Milliarden Dollar. Der letzte Jahresgewinn war ein 12,6 Milliarden Dollar. Daraus ergibt sich darauf ein KGV von 67. Und jetzt ein extremes Gegenbeispiel, Volkswagen, der weltweit zweitgrößte Autobauer, der ist nur noch 63 Milliarden Dollar wert umgerechnet. Bei einem Jahresgewinn 2022 von 22 Milliarden Euro oder umgerechnet 23,7 Milliarden Dollar. Sprich, Tesla ist 13 Mal so hoch bewertet, macht aber nur halb so viel Gewinn. Und Tesla ist ja auch 3 Mal so viel wert wie Toyota zum Beispiel oder 10 Mal so viel wert wie Mercedes. oder 12 Mal so viel wert wie BMW. Da muss Tesla schon extrem auf dem aufsteigenden Ast sein oder eben die anderen extrem auf dem absteigenden Ast. Und es gibt aber einige Analysten, die sagen, ja, genau so ist es auch. Und das Neueste ist jetzt eine 60-seitige Studie von Morgan Stanley. Da sieht man eben den fairen Wert sogar bei 400 Dollar, also 50 Dollar nochmal über dem Allzeithoch und auch nochmal ein Anstieg um 47% jetzt. Und nochmal eben auch 500 Milliarden Dollar Börsenwert extra obendrauf. Also das Achtfache von Volkswagen jetzt noch zusätzlich mal obendrauf. Wie will man das eigentlich noch rechtfertigen? Der Morgan Stanley, Analyst Adam Jonas heißt er, der sagt, Tesla hat was. Das haben viele nur noch nicht erkannt. Aber das wird Tesla jetzt eben nochmal unglaublich anschieben und dem Konzern dann auch noch einen zusätzlichen Markt erschließen. Jetzt mit einem Volumen von 10 Billionen Dollar pro Jahr. Nämlich der Supercomputer Dojo, geschrieben Dojo. Damit ist Tesla jetzt eben endgültig nicht einfach nur ein Autobauer, sondern es ist ein Technologiekonzern und auch ein KI-Konzern. Vielleicht sogar einer der wichtigsten KI-Konzerne überhaupt. Wie gesagt, Tesla hat viele, viele Daten von Verkehrssituationen aus dem echten Leben. Aber wenn man ein autonomes Fahrzeug haben will, dann hilft einem das allein jetzt noch nichts, sondern man braucht natürlich auch ein System, das die Daten verarbeitet und das daraus dann auch was lernt. Und das gibt es natürlich. Das wird auch permanent mit neuen Daten gefüttert. Und das läuft bis jetzt anscheinend oder bis vor kurzem auf Großrechnern mit Prozessoren von Nvidia. Tesla hat jetzt aber einen eigenen Hochleistungsprozessor entwickelt. Und aus diesen Prozessoren, da haben sie Dojo gebaut mit einer eigenen neuen Architektur zugeschnitten, speziell auf das autonome Fahren. Das Ganze ist jetzt wohl seit Juli im Betrieb und es soll jetzt da nochmal auch eine Milliarde Dollar reingepumpt werden auf Sicht von einem Jahr. Und wenn man Tesla glauben darf, dann ist es jetzt schon einer der schnellsten Supercomputer der Welt. Und bei Morgan Stanley, da geht man davon aus, dass das System am Ende sechsmal leistungsstärker sein wird, als das auf Basis von den aktuellen Nvidia Prozessoren. Und damit eben auch viel kostengünstiger. Das sind alles noch Vermutungen natürlich, aber so oder so, es ist schon beeindruckend. Es gibt dazu hier auch ein paar Videos auf YouTube, zum Beispiel eins von der Tesla Space. Ich stelle Ihnen dazu auch mal den Link rein, dann können Sie sich das optisch auch ein bisschen vorstellen, das Ganze mal. Und auf diesem Dojo-Computer, da läuft jetzt eben das Maschinenlernsystem und darauf wird die künstliche Intelligenz jetzt trainiert von Tesla. Und das Argument von Morgan Stanley, das ist am Ende das, autonomes Fahren ist zur Zeit die Mutter von allen KI-Projekten. Es ist eine Königsdisziplin. Und das, was Tesla da gerade schafft, das wird sie beim autonomen Fahren nach vorn katapultieren, sodass sie früher oder später eben auch diese komplett selbstfahrenden Autos von Tesla, dass die dann kommen werden und eben auch noch Fahrdienste und die großen Robo-Taxi flotten. Und gleichzeitig hat man mit Dojo jetzt aber auch noch eine erprobte, effiziente, günstige KI-Infrastruktur, die alle anderen ja auch brauchen könnten. Und die kann man auch zur Verfügung stellen in Zukunft, so wie das Amazon Web Services macht, mit seinen Cloud-Lösungen oder mit seinen Software-as-a-Service-Lösungen. Und damit erzielt Amazon ja inzwischen 70% vom operativen Gewinn. Und am Ende des Tages, spätestens ab 2030, da wäre Tesla dann eben ein führender Autokonzern dadurch, aber eben auch ein führender Mobilitätsdienstleister und dann aber eben auch noch ein großer KI-Konzern, und zwar sowohl hardware-seitig als auch software-seitig. Und das alles sei im Kurs eben noch nicht eingepreist. So Morgan Stanley. Ganz kurzer Einschub jetzt noch. Die Gegenthese zum Elektroautos, das ist gewissermaßen Platin, weil Platin wird ja vor allem von Dieselabgas-Katalysatoren. Dafür wird es ja gebraucht, hauptsächlich. Und der Markt ist zur Zeit stark unterversorgt mit Platin, aber trotzdem steht es seit Jahren unter Druck, auch weil man ja befürchtet, dass die Elektroautos die Verbrenner jetzt langsam verdrängen. Was aber weltweit und auch im LKW-Bereich gerade vielleicht aber eben doch nicht ganz so schnell passiert, wie viele denken. Und dazu kriegen Sie morgen von mir eine neue Hauspost zum Thema Platin, ob es da vielleicht doch wieder langsam eine Chance auf eine Kurserholung gibt. Heinrichs Hauspost, das ist ein Gratis-Report von mir, also komplett kostenlos. Und wenn das für Sie interessant ist, dann tragen Sie sich noch schnell dafür ein auf www.heinrichs-hauspost.de. Wie gesagt, morgen früh geht der Report auch schon raus. Aber zurück zu Tesla. Wie gesagt, die einen sagen Tesla, da wird alles viel zu stark gehypt immer. Die anderen sagen, ihr versteht das nur nicht, was Tesla macht. Und man muss es schon sagen, also Tesla war ja jahrelang ein höchstdefizitäres Unternehmen. Sie haben Geld verbrannt ohne Ende. Die Aktie ist trotzdem gestiegen und gestiegen. Und da haben sich viele auch immer an den Kopf gelangt und konnten das nicht fassen. Unter anderem auch ich. Aber jetzt ist Tesla eben wirklich ein Konzern, der auch Milliarden verdient. Hier sieht man zum Beispiel, wie sich der Autoabsatz entwickelt hat die letzten Jahre. Sagenhaft. Elon Musk hat es geschafft. Er hat ja überhaupt sehr viel geschafft. Wirklich. Aber eine seiner größten Leistungen, das war auch mit Sicherheit, dass er die Investoren die ganze Zeit bei Laune gehalten hat. Dass sie ihm das Geld auch dann noch hinterher geworfen haben, wenn das eine oder andere dann doch nicht geklappt hat, weil das war dann ja auch einiges. Aber er hat viel geschafft. Gar keine Frage. Und was auch auffällt, speziell bei Tesla, da hat man ja immer alles anders machen müssen. Es hat ja für alles, was die haben, schon andere Lösungen gegeben. Und das wollte Elon Musk aber nicht. Batterien entwickeln wir selber. Ladesäulen machen wir alles selber, das ganze System. LiDAR-Systeme. Alles Quatsch. Wir entwickeln da ein eigenes System. Sie haben also alles neu gemacht. Sie haben dafür immens Zeit verbraten und immens Geld verbraten. Und in den meisten Fällen war das dann aber richtig. Sie haben alle anderen herausgefordert damit und sie haben gewonnen. Und beim Supercomputer und bei den Chips, die sie ja auch selber entwickelt haben dafür, fürs Maschinenlernen, da ist es jetzt eben wieder so. Aber grundsätzlich ist so eine Strategie natürlich trotzdem auch riskant. Und der Anleger ist jetzt eben wieder darauf angewiesen, dass Elon Musk wieder alles besser macht als alle anderen. Was ja auch nicht immer so ganz einfach ist. Und wenn es jetzt nicht klappt mit dem Ganzen, dann geht Tesla deswegen nicht unter. Aber die Fantasie, das was jetzt eben den Kurs deutlich über dem hält, was die Fundamentaldaten so hergeben würden, das wäre dann schon erstmal weg. Rein von der fundamentalen Entwicklung her läuft es nämlich gar nicht mal so gut. Der Umsatz steigt, aber es gibt eben im Moment seit einiger Zeit einen Preiskampf. Vor allem in China, da hat Tesla die Preise zum Teil um ein Fünftel senken müssen. Und die Margen gehen dadurch jetzt stark zurück. Die operative Gewinnmarge, die war im zweiten Quartal nur noch bei 9,6%. Ein halbes Jahr vorher war sie noch bei 16%. Die Konkurrenz kommt jetzt eben doch langsam aus den Löchern. Und bei aller Elon Musk Begeisterung, aber als Anleger, da muss man eben davon ausgehen, dass der Rest der Welt vielleicht doch auch nicht komplett dumm ist. Zumindest hypothetisch muss man mal davon ausgehen. Auch wenn der Rest der Welt zur Zeit selber nicht an sich glaubt. Also die Audi Vertriebschefin, die hat ja zum Beispiel letztes Jahr gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Audi in 10 Jahren noch gibt, die liegt bei 50%. Aber trotzdem, gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass Audi oder irgendein anderer großer Hersteller, die jetzt ja auch alle viele Milliarden da investieren, gehen wir davon aus, dass irgendwann auch mal einer von denen vielleicht ja das Richtige tut oder zumindest einen hellen Moment hat. Und im KI-Bereich und Halbleiterbereich, da gibt es ja natürlich erst recht harte Wettbewerber, so wie Navidia, wie Intel, Microsoft, Google, Apple und so weiter. Das sind jetzt auch nicht alles Pappnasen. Darum, Tesla muss jetzt auf jeden Fall noch stärker werden als jetzt. Das ist nämlich schon eingepreist. Und wirklich Kursfantasie gibt es eben auch nur dann, wenn auch in Zukunft Elon Musk das alles besser macht als alle anderen. Und das muss einem eben klar sein als Anleger. Das muss man wissen, ob man davon jetzt eben überzeugt ist oder nicht. Darum ist es meiner Meinung nach auch immer noch eine spekulative Aktie, obwohl sie sich ja etabliert haben jetzt. Aber es ist eben trotzdem auch eine spannende Aktie. Und wenn man sich nur darum damit beschäftigt, weil man an Tesla eben vielleicht doch ganz gut sehen kann, wo die Reise da auch insgesamt hingehen könnte. Und abgesehen davon, das 400-Dollar-Kursziel von Morgan Stanley, das muss ja auch noch nicht mal das Ende sein. Es gibt noch viel größere Tesla-Fans, zum Beispiel Cathie Wood von ARK Invest. Die hat im April ein Kursziel ausgerufen für Tesla von 2.000 Dollar auf Sicht von fünf Jahren. Und damit wäre Tesla dann über 5 Billionen Dollar wert, doppelt so viel wie jetzt. Apple ist ja im Moment das wertvollste Unternehmen der Welt, weil wir dann nämlich alle oder fast alle nur noch mit selbstfahrenden Tesla-Robotaxis fahren werden. Ist es völlig abwegig? Naja, man wird es sehen. Einen ganz großen Wettbewerbsvorteil hat Tesla ja immerhin noch. Die vielen, vielen Daten. Und demnächst gibt es noch mehr gute Daten auch für Tesla, weil Elon Musk hat jetzt ein neues Spielzeug, die Firma Neuralink. Da kommt der Chip in Zukunft direkt in den Kopf und nimmt da jetzt die Signale auf. Da haben wir dann auch endlich mal eine Hirn-Computer-Schnittstelle. Und im Mai ist auch schon die erste Studie genehmigt worden am Menschen. Blinde sollen damit wieder sehen können, Lahme sollen wieder damit gehen können. Aber das Hauptziel ist laut Elon Musk, dass der Mensch damit mit künstlicher Intelligenz auch in Zukunft noch mithalten kann. Dafür muss man ihn natürlich schon ein bisschen auch aufrüsten. Aber für das Erste reicht es ja vielleicht auch schon, wenn Teile der Menschheit damit endlich mal lernen, richtig einzuparken. Autonomes Parken auf Level 4, das ist die eigentliche Vision. Und wenn Neuralink eines Tages vielleicht auch mal an die Börse gehen sollte, dann kriegen Sie davon von mir bestimmt auch ein Video dazu. Abonnieren Sie meinen Kanal, solange Sie das noch autonom tun können. Und denken Sie außerdem natürlich auch noch an die Hauspost zum Thema Platin. Morgen geht der Report raus, wie gesagt. Und Sie kriegen ihn auf www.heinrichs-hauspost.de. Und wenn Sie demnächst mal wieder die Hecke schneiden oder wenn Sie im Garten Yoga machen, uns fährt ein Tesla vorbei, dann schauen Sie, dass Sie eine gute Figur machen. Elon Musk kann Sie sehen. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.